Hallo und herzlich willkommen zu Gastronovi Academy. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie nachträglich einen Kunden innerhalb eines Rechnungsvorganges setzen können. Um einen Kunden nachträglich in einen Rechnungsvorgang einsetzen zu können, gehen Sie zunächst über die Modulansicht in Ihre Umsatzansicht. Setzen Sie hier den Filter von Schichten auf Verkäufe, um sich alle Ihre abgeschlossenen Vorgänge anzeigen zu lassen. Suchen Sie sich den gewünschten Rechnungsvorgang heraus. Diese sind chronologisch geordnet. Sie können zusätzlich mittels des Lupensymbols auch die erweiterte Suchfunktion oder die Schnellsuche nutzen, um Ihren Vorgang eindeutig lokalisieren zu können. Haben Sie Ihren gewünschten Rechnungsvorgang gefunden, öffnen Sie das Optionsmenü mittels einer Wischbewegung oder eines Doppelklicks und klicken auf Kunde setzen. Im sich nun öffnenden Feld kann ein bereits eingespielter Kunde über die Suchfunktion gesucht und anschließend ausgewählt werden. Ist nun der gewünschte Kunde ausgewählt, kann dieser über den grünen Kunde setzen Button gesetzt werden. Der Rechnung wurde nun nachträglich der ausgewählte Kunde mit all seinen hinterlegten Daten hinzugefügt. Ein Hinweis. Dieses Vorgehen ist nur einmal zulässig. Rechnungen, bei denen bereits ein Kunde gesetzt worden ist, lassen ein erneutes Setzen nicht zu. Hierzu bietet sich eine Rechnungskorrektur an. In der Mobilversion gehen Sie analog vor. In Ihren Umsätzen finden Sie Ihre Verkäufeansicht in der unteren Navigationsleiste, die Suchfunktion hingegen in der oberen Menüleiste. Wir fassen zusammen. Über die Umsatzansicht können Sie den gewünschten Rechnungsvorgang lokalisieren und einmalig einen eingespielten Kunden setzen. Die Suchfunktion unterstützt Sie bei der Lokalisierung. In der Mobilversion ist dies analog zur Desktop-Version verfügbar.